So, Kartoffeln, Mineralwasser, dann haben wir Sonnenblumenöl, dann haben wir Costco Bananen, aber die sind noch so grün, so habe ich von Superstore noch ein paar kleine gelbe genommen. Ich wollte mal probieren, wie diese hier schmecken, auch von Superstore, die Mandarinen. Dann Costco Olivenöl gekauft, Labello, Kaugummi, Kefir, Buttermilch hatten die leider nicht mehr. So, mein Senf, das ist Garix-Senf, dann Fisch, dann geräucherten Lachs, zweimal, dann Pizza, Fungi, und dann die normale Spinat-Restaurante-Pizza, dann Thunfisch, viermal, Landjägerwurst, so sieht man besser, dann Weißkohl, Eier, dann super Costco-Wandarinen, die schmecken sehr gut, die haben wir schon probiert, gerade beim Nachhausefahren, dann Tomaten, Paprika, Kokosraspeln, dann Flaxseed, ganz, ganz große Orangenwurfen zweimal, das sind Grapefruits, dann Avocado, Zucchini, dann diese Asian Cashew Salad, Spargeln, Pilze, Schmand, dann diesen Smoked, was ist das denn? Das ist Cheddar Cheese, what? Da habe ich gar nicht drauf gedacht, ich dachte, das wäre Gouda, Smoked Gouda. Opsi, Brie, dann Mozzarella, dann gibt es hier Romain Salad, dann Salami und Seaweed. Und das war's. Und das alles war Costco 200 Dollar und bei Superstore 99 Dollar. Yay!